In einem beispiellosen Moment der Freude und des Feierns in der Unterhaltungsbranche haben Beatrice Egli und Florian Silbereisen, das berühmte deutsche Paar, mit einem herzlichen Eheversprechen ihre gemeinsame Zukunft besiegelt. Diese Ankündigung hat nicht nur ihre Herzen mit Glück erfüllt, sondern auch einen signifikanten Meilenstein in ihrer Liebesgeschichte gesetzt und bei Fans weltweit eine Welle der Vorfreude und Begeisterung ausgelöst. Durch ein offizielles Statement, geteilt sowohl in den Medien als auch auf ihren persönlichen Seiten, haben Beatrice und Florian ihre immense Freude mit der Welt geteilt, wodurch das Interesse der gesamten Unterhaltungsindustrie und der Medien an diesem bevorstehenden Ereignis enorm angestiegen ist. Die Beziehung zwischen Beatrice und Florian zu formalisieren, bedeutet nicht nur die Bekräftigung ihrer Liebe, sondern auch eine unerschütterliche Verpflichtung zueinander. Dieser bedeutsame Schritt verkörpert nicht nur ihr tiefes Gefühl füreinander, sondern verstärkt auch die Bedeutung ihrer Verbindung und legt das Fundament für eine zukunftsträchtige gemeinsame Lebensreise voller Herausforderungen und Glücksmomente. Ihre Hochzeit verspricht, ein außergewöhnliches Ereignis zu werden, das von Freunden, Kollegen und Angehörigen gefeiert wird. Die Entscheidung, heute dieses offizielle Versprechen zu geben, hat bereits eine Flut von Vorbereitungen und Erwartungen in ihrer Fangemeinde entfacht. Mit ihrem bedeutenden Einfluss in der Unterhaltungsbranche können Beatrice und Florian eine große mediale Aufmerksamkeit und ein tiefes Interesse ihrer Anhänger erwarten. Sie sind zu einem Symbol echter Liebe geworden, nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihrem Privatleben. Diese Hochzeitsfeier bietet die einzigartige Gelegenheit, die tiefe Harmonie und Verbundenheit des Paares zu zelebrieren. Die offizielle Verpflichtung von Beatrice Egli und Florian Silbereisen hat unter Fanz eine Welle der Begeisterung und Romantik entfacht, die weit mehr ist als nur die Vereinigung zweier Prominenter, es ist eine Chance, die Werte von Liebe und Ehe in der modernen Gesellschaft neu zu bewerten. Ihre Entscheidung, dieses Glück mit der Öffentlichkeit zu teilen, zeugt von einer bemerkenswerten Aufrichtigkeit und Offenheit. Beatrice und Florian sind nicht nur berühmte Persönlichkeiten auf der Bühne, sondern auch Menschen mit echten Emotionen, die ihre Liebe und ihr Glück mit der Welt teilen möchten. Mit großen Erwartungen freuen sich alle auf eine romantische und prächtige Zeremonie, ergänzt durch bezaubernde Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Von der Verlobung bis zu den gemeinsamen Vorbereitungen und Zukunftsplänen wird dieses Paar besondere Momente genießen, die den Beginn eines neuen Kapitels markieren, in dem Liebe und Einigkeit eine Quelle der Inspiration und des Mutes sein werden. Ihr offizielles gegenseitiges Bekenntnis ist nicht nur ein denkwürdiges Ereignis, sondern auch der Auftakt zu einer neuen Lebensphase voller Erlebnisse, Herausforderungen und Freuden. Vielen Dank.